So, weiter geht's heute mit Need for Speed und wir machen heute weiter mit Breach of Speed, bei dem Wegfahrt. Nagelband. Ja, so, wir nehmen jetzt mal, was haben wir denn nächstes Mal für ein Auto? Oh, ich bin mal mit dem BMW. Der Lack überträgt die Leistung über den gesamten Drehzahlbereich präziser auf den Asphalt. Ein leichter Druck aufs Gaspedal reicht dem Twin Turbo Sechszylinder, um auch mit geöffnetem Dach ein berauschendes Erlebnis zu bieten. Einen Roadster zu fahren ist Ausdruck des persönlichen Stils und nicht der Extravaganz. Die langgezogene Motorhaube führt das Auge über die auffallend niedrige Schulterlinie zum kraftvollen Heckabschluss. Die schwierigste Entscheidung, die der Fahrer treffen muss, ist, ob die kürzeste Strecke auch die angenehmste ist. Ja, und dann gehen wir rein. So, gut, vier Angebänder haben wir dabei. 1.2.3.6000, 4.2.000, ihr seht es ja auch links eingeblendet, wie die Kopf-Camp-Belohnungen sind. Unser Ziel ist es natürlich, das Ding auf Gold zu fahren, aber schauen wir mal, was das überhaupt nicht hinbekommt. 1.2.3.6000, ihr seht es ja auch links, also vier Fahrer müssen gerne von uns. 2.1.2.1.2.1.2. Wir können auch sagen, wir werden den noch nicht sofort abwerfen, sondern erst ... z2.2.1.2.2.1.1.2.1.3.1.2.2.1.3.1. so ich hab sie zwar haben oh den hat's ok es war halt nur der Wienkopf ich dachte ich hätte für den Lagewacken irgendwas getroffen ich hab das gemacht ich fahre nochmal nicht nice den hat er auf die Fahrt mitgenommen der fährt einfach nicht an ich hole mich Nöderwind einsatzbereit wie ein Drecksack alter oh Straßensperre Rechte da sind Straßensperre gerannt zu Festnahme vorliegen wieder Hügel plan machen zu Festnahme so so der kommt schon mal weg hinterher ist er weg mitgenommen auf die Schraub der Typ richtet jede Menge Schaden an Zentrale wir benötigen eine Straßensperre ich ziehe vor eurer Position Einheiten zusammen behaltet eure Route bei Straßensperreneinheit entwendet bitte Zielposition angeben auf die Schraub ich habe keine Lagewärter mehr das ist scheiße warum hab ich die Karre damit ey da ist kein Platz drauf und da ist kein Platz drauf also ein paar die Fläser zu verraden und dann die Fläser und dann die Fläser und dann die Fläser und dann die Fläser Der ist im Warn-Depot. Verdächtiger setzt sich zu wehr, melde eigene Schäden Letzter Kilometer bis ins Ziel Halt euch für den Zugriff Scheißkopf, verpissst sich ja nicht Das war's oder was, wir sind durch Ja Kurzer Dank Haben wir das auch schon mal hinter uns No, wir haben ein neues Auto Wenn ich das richtig gesehen habe Ich glaube, das haben wir gekriegt Maserati Gran Cabrio, okay Na gut Das Ding haben wir abgearbeitet Dann gucken wir mal, was wir noch so haben Ein weiteres Rennen Na gut, machen wir das doch Schreiben wir mal nur den BMW Ein Ausdruck der Freude Der BMW Ja, das haben wir gerade schon gehört Das brauchen wir jetzt nicht nochmal hin So, diesmal nur als erster die Zilinie erreichen So wie das jetzt gerade verstehe Das sind 12 Kilometer Sechs Autos sind jetzt die gesamten Sechs Autos sind jetzt dabei So, das war zumindest mal der eine So, das war zumindest mal der eine Dazu Ich bin jetzt zwei Rennen pro Folge Eine andere zwei Zweite Folge Ja genau Fahrtnück hat alles vorbei Ich würde mal anfangen und da gehen wir nur bis 4, das ist so viel als anders so, weg mit dir so, weg mit dir ich bin von dir aber sicher, dass ich kein Fehler laufen das könnte schon was demnus Rimm sein ja, natürlich, du guckst, der KI kommt natürlich nicht da, wo du diese Ecke durch doch, ja, ein Fehler haben wir nicht, schon da wo der hinter ist, haben wir schon da, ja, das sind für uns da haben wir noch Ich kann schon sagen, was gerade zu machen, ey. Verschwinde mal jetzt von der Seite immer. 40 Kilometer vom Ziel. Und dann haben wir das Ding gewonnen, yes. Das war knapp, aber wir haben es geschafft. Zwei neue Belohnungen und ein neuer Randaufstieg definitiv. Ich bin jetzt gesucht. Bahnhof G3 und ein neues Auto haben wir gekriegt. Auf jeden Fall haben wir dann noch eine Nissan. 370Z Roadster. Okay. So, dann haben wir das auch durch. Dann sind wir uns schon wieder durch heute und wir sehen uns in der nächsten Folge dann mit dem Teil hier bei den Cops. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.